Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch nicht getratscht. Ich habe noch nicht die Beherrschung verloren. Ich war noch nicht muftig. Ich war noch nicht gehässig. Ich war noch nicht egoistisch oder zügellos. Und ich habe noch gar nicht gejammert. Ich habe noch nicht geklagt. Ich habe noch nicht geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern. Und dann brauche ich wirklich eine Hilfe. Ich habe noch nicht die unbe